Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator, mein Name ist Stefan und heute möchte ich euch einen anderen Blick auf die Grey Knights präsentieren. An dieser Stelle vielen Dank für Tobi, der ist eines unserer Kanalmitglieder und die dürfen sich in regelmäßigen Abständen Themen aussuchen, die sie gerne hören würden. Ob wir das dann immer umsetzen können, ist nochmal eine andere Frage. Die Liste ist gerade sehr, sehr voll, aber zumindest für die Grey Knights und dann jetzt auch Belisarius Call, der sich oft gewünscht worden ist, finden wir natürlich hier Zeit. Genau, ich hoffe, ich werde dem, was sich da gewünscht worden ist, auch entsprechend gerecht. Ein bisschen ist das Problem, dass ich über die Grey Knights per se eigentlich, zumindest in diesem anderen Blick, gar nicht so viel Positives zu sagen habe. Der Grund, warum das so ist, ist, dass die Grey Knights eigentlich ein Verzweiflungsding sind. Der Imperator selbst und Mercador lassen die Grey Knights in den letzten Tagen der Horus Heresy gründen und dafür gibt es nur einen Grund, nämlich, dass alle anderen Pläne versagt haben. Es ist nicht so, dass die Grey Knights in irgendeiner Art und Weise einem sinnvollen Plan für die Menschheit folgen, sondern Mercador und der Imperator sagen es selbst in ihren Spielen von Regicide, die sie durchführen. Es ist letztlich nur ein Hoffen, ein wir nehmen die Dinge, die uns gegeben worden sind und versuchen, aus denen die bestmögliche Zukunft der Menschheit zu formen. Und dass sie am Ende gezwungen sind, die Grey Knights zu gründen, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis, das sich auch ganz, ganz stark in dem, was die Grey Knights für sie sind, ja, darstellt. Denn was sie machen, statt am Ende der Horus Heresy den Punkt zu gehen, zu sagen, in Ordnung und jetzt vertrauen wir die Zukunft des Universums und die Zukunft der Menschheit selbst an, ist letztlich, dass der Imperator hingeht und sagt, hey, genau das können wir nicht machen. Wir können die Zukunft der Menschheit nicht der Menschheit überlassen, sondern wir müssen sogar noch weiter weg vom menschlichen Genom gehen. Die Idee der Thunder Warriors und der Space Marines, der Astartes, hat nicht gereicht. Wir müssen noch weiter weg von ihnen gehen. Wie wäre es, wenn wir mein eigenes Genom nehmen und daraus Astartes bauen? Und alleine diese Idee zu sagen, alles klar, wir sind so besiegt, wir sind so sehr mit unserem Traum, den wir ursprünglich für die Menschheit hatten, in Trümmern, dass die einzige Option, die wir jetzt sehen, weiter gegen den Warp vorzugehen, diejenigen, die diesen Kampf austragen können und werden, noch unmenschlicher zu machen, als die Monster, die wir vorher geschaffen haben und auf die Galaxis losgelassen haben, die sich gerade in einem Bürgerkrieg selbst zerfetzt haben, dass wir zu den Grey Knights greifen müssen. Das ist eigentlich, sagt das alles, was man wissen muss. Nicht falsch verstehen. Ich persönlich mag die Grey Knights als eine Fraktion des 40K-Universums sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde die Optik cool. Ich finde cool, wie sie präsentiert werden, dieses Mystische, das da in ihnen liegt und die Idee, dass es einen Space Marine Orden gibt, der speziell dazu gezüchtet worden ist, das Chaos zu bekämpfen und auch ihre Querverbindung zum Chaos. Alleine die Idee, dass Kyrill Sinderman einer der ersten Inquisitoren ist, der sie in die Schlacht geleitet hat, verkauft das schon vollständig für mich, weil ich einfach ein wahnsinniger Fan dieser Figur bin. Auch die Idee, dass da eben gerade bei den Night Arons von Mercado aus denen, die ja letztlich hervorgegangen sind, eben so Leute wie Nathaniel Garrow oder wie auch Gavie Loken da mit drin stecken, auch wenn ich mir gar nicht sicher bin gerade, es ist auch noch nicht raus, ob beide wirklich am Ende als Grey Knights sozusagen enden werden, wobei es von den Büchern der Horrors Heresy, die gerade geschrieben werden, schon so ein bisschen darauf hindeutet. Aber zurück zu der grundsätzlichen Idee. Man muss sich das mal so ein bisschen auch auf der Zunge zergehen lassen sozusagen, was da eigentlich passiert ist. Der ursprüngliche Plan des Imperators war es, die Galaxis zu erobern, das Webway-Projekt erfolgreich durchzuführen, der Menschheit eine Unabhängigkeit vom Warp zu schenken, dadurch die Dämonen des Warp zunehmend in der Beliebigkeit einer glückseligen Menschheit vergehen zu lassen und die Chaosgötter dadurch aufzulösen, dass die Zukunft des fernen 41. Jahrtausends eben nicht aus Krieg besteht. So, das klappt nicht. Und Horus und acht weitere Primarchen laufen über. Es bricht ein blutiger Bürgerkrieg aus. Dem Imperator wird völlig klar, dass er den goldenen Thron nicht mehr verlassen kann. Und er gibt Merkador folgende Aufgabe. Pass auf. Das, was wir vorhatten, als wir diese Übermenschen geschaffen haben, hat nicht geklappt. Du ziehst jetzt mal los und erschaffst weitere Übermenschen, die dann gegen das Chaos und die Dämonen kämpfen sollen, die jetzt stärker sind, weil der ursprüngliche Plan nicht funktioniert hat. So weit, so gut, ne? Und dann geht er eben diesen Weg und sagt, die Gensaat, die wir benutzen werden, ist die meine und sie sollen sie eben als das Geschenk des Imperators kennen. Außerdem nehmen wir einen der Saturnmonde, verstecken den im Warp und züchten im Geheimen diese 1000 Elite Space Marines heran, während das Ganze angeführt wird von dem nobelsten und edelsten Bruchstück von Magnus Seele, das wir in einen loyal gebliebenen 1000 Sun Space Marine Psyker reinstecken. Ich sag mal, wenn man sich diese Idee so anhört, dann weiß man letztlich, was es geschlagen hat. Das ist ein Verzweiflungsschlag allererster Güte. Vor allem deswegen, weil von dem ursprünglich guten Plan, das Imperium wieder zurück in die Hände der Menschen zu geben und die Menschen ihr eigenes Schicksal formen zu lassen, gar nichts mehr übrig geblieben ist. Man muss sich mal überlegen, wie viele Ebenen der Isolation da drin stecken. Nicht nur enthebt man die Grey Knights der regulären Kommandostruktur der Space Marines, man enthebt sie auch der regulären Kommandostruktur des Imperiums, unterstellt sie den misstrauischsten Personen, die man irgendwie finden konnte, mit den Inquisitoren und trennt endgültig Magnus Seele voneinander. Gibt also vollständig die Hoffnung auf, dass dieser von seiner Chaos Korruption zurückkommen könnte und verwendet den Splitter der Primarchenseele, den man gar noch übrig hat, um den Supreme Grand Master der Grey Knights ins Leben zu rufen. Dann geht man hin und nimmt einen Mond aus dem Solsystem heraus, wirft ihn in den Warp und packt dort hunderttausende Aspiranten drauf, die man eben nicht nur wie bei einem normalen Space Marine Orden ihrer Vergangenheit durch Hypnoindoktrination nimmt, sondern man löscht deren Existenz vollständig aus. Bis zu dem Punkt, wo man ihnen einen echten und wahren Namen, der im Warp resoniert, gibt und ihnen sogar ihre eigenen Namen, also jede Grundlage ihrer Identität als Mensch wegnimmt. Und dann sagt man, alles klar, jetzt wo sie soweit sind und quasi frei von, in Anführungszeichen, Sünde, das ist ja letztlich nur eine Übersetzung für Menschlichkeit, die Tatsache, dass der Warp so schlimm ist, wie er ist, ist die Schuld der Menschheit. Das bedeutet, wer sind denn eigentlich diese Grey Knight Aspiranten, die man nimmt? Naja, die unmenschlichsten Menschen, die man finden kann. Die Übersetzung für die reine Seele eines Grey Knights ist letztlich eine Person, die keine Hoffnung in Träume, Bedürfnisse oder Wünsche hat, denn das ist letztlich, woraus sich der überhaupt zusammensetzt. Natürlich in einer negativen Resonanz, in der es da schwingt, aber am Ende des Tages will man einfach nur Personen, die eben so wenig eigenen Charakter wie möglich haben. So, und diese Personen, denen nimmt man dann noch gar das letzte bisschen Persönlichkeit weg, indem man sie noch schlimmer foltert, als es bei einem normalen Space Marine der Fall ist, um irgendwann quasi ein komplett leeres Blatt sozusagen zu haben und das beschreibt man dann mit den Bedürfnissen dessen, was ein Grey Knight sein muss und hält sie dann auch noch von wirklich jeder Form von menschlicher Interaktion fern. Ein normaler Space Marine hat ja zumindest noch hin und wieder mal Interaktionen mit, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Mitgliedern des Astra Militarum, vielleicht der Zivilbevölkerung der entsprechenden Heimatwelt oder Personen, die diese Schlachtschiffe bedienen oder sonstigen Dingen. Das alles trifft auf Grey Knights nicht zu. Sie werden auf eine sorgfältige und wirklich fundamentale Art und Weise von der Menschheit ferngehalten, damit sie bloß nicht anfangen, in irgendeiner Art und Weise wieder menschliche Gefühle zu entwickeln. Und das sind dann die Personen, denen man die Zukunft des Imperiums anvertraut und sagt, alles klar, und ihr seid unser Schwert in der Dunkelheit, ihr seid die Personen, die das Chaos zurückhalten müssen. Und übrigens die einzigen Personen, von denen ihr Befehle empfangt und die in irgendeiner Art und Weise mit euch interagieren dürfen, sind Inquisitoren, denen verhältnismäßig ähnliche Dinge widerfahren sind und die eben bei euch dann, ja, die in eurer Gesellschaft existieren dürfen und von eurer Existenz wissen dürfen. Das ist letztlich von Seiten Merkadors und des Imperators kein Bekenntnis zur Menschheit. Es ist der verzweifelte Versuch, das, was von ihrem Plan übrig geblieben ist, von dem Imperium, das sie erschaffen haben und von ihrem Lebenswerk, so lange wie möglich zu bewahren. Es ist völlig offensichtlich, dass die Grey Knights nicht in der Lage sein werden, das große Werk des Imperators zu vollenden oder in irgendeiner Art und Weise den ursprünglichen Plan, den der Imperator für die Menschheit hatte, fortzuführen. Sie sind Verteidiger der zerbrochenen Scherben dessen, was die Horus Heresy übrig gelassen hat und selbst darin sind sie eine Gefahr an sich. Nicht eine Gefahr, weil sie ans Chaos fallen könnten. Es ist sichergestellt worden, dass das nicht passiert und noch nie ist ein Grey Knight ans Chaos gefallen. Aber sie sind eine Gefahr deswegen, weil sie im Prinzip von der ursprünglichen Idee einer zivilen Regierung und einer Menschheit, die in Frieden und Glück leben kann, so weit weg sind, wie es möglich ist. Und diese Entscheidung, das so zu machen, die ist letztlich eher ein Akt des Trotzes als wirklich ein echter Plan. Also ich verstehe natürlich voll und ganz, dass weder Mercador noch der Imperator auf dem Höhepunkt der Horus Heresy überhaupt noch Ressourcen oder Möglichkeiten hatten, einen Plan zu machen. Die Wahrscheinlichkeiten, dass überhaupt eine gute und sinnvolle Zukunft entstehen könnte, waren so gering, dass man letztlich nur noch mit den Schultern zucken konnte und sagen konnte, okay, wir tun jetzt eben unser Möglichstes der Menschheit eine Existenz für so lange, als es irgendwie möglich ist, zu ermöglichen. Und dafür sind die Grey Knights eine sinnvolle und richtige Handlung. Aber sie gehen auch über diesen Punkt der Bewahrung eines verfallenden Imperiums einfach nicht hinaus. Und die Idee, dass man dann sagt, okay, und wir unterstellen diese der Menschheit völlig enthobenen Bestien, die man da erschaffen hat, deren dezidierte Aufgabe es ist, in die schrecklichsten Schrecken des Universums zu blicken und keinerlei Emotion zu empfinden. Die unterstellen wir dann auch noch einer Organisation, die keinerlei Verantwortung gegen irgendjemanden außer den Imperator selbst hat. Der redet aber nicht mehr mit den Leuten, das bedeutet, es gibt einfach letztlich keine verantwortliche Institution mehr, bei der die Inquisition Rechenschaft über ihre Handlungen ablegen müsste. Und übrigens, wenn jemand von den Grey Knights weiß, dann wird entweder die gesamte Bevölkerung des Planeten sterilisiert oder man geht gleich zum Exterminatus oder zu einem Mindwipe über. Das ist an sich eine Handlung, die letztlich, ja, keine Ahnung, von den Idealen, die diese beiden Männer ursprünglich mal hatten, als sie aufgebrochen sind und das Ziel ihrer Reise so klar vor Augen hatten, ist das so weit weg, wie es irgendwie nur möglich ist. Gerade Mercador, der eigentlich besser war als das. Beim Imperator bin ich mir immer nicht sicher. Aber Mercador war eine mitfühlende, zugewandte, fast schon liebevolle Person in dieser ganzen Geschichte. Jemand, der ein ernsthaftes und aufrichtiges Interesse an der Menschheit hatte. Und dass er zu so einem Verzweiflungsschlag greift, das ist, glaube ich, auch letztlich trotz, aber das ist auch Zorn, das ist auch Hass, das ist auch das Nicht-Anerkennen-Wollen des eigenen Versagens in so vielen Dingen. Und dass man dann sagt, okay, und wir bauen hier noch nicht mal was Neues auf, sondern natürlich auch aufgrund von Ressourcen und Zeitmangel, klar, wir greifen auf das gescheiterte Projekt zurück. Weil wenn wir jetzt mal sozusagen in die Reihenfolge schauen wollen, zuallererst bauen sie die Custodes. Die sind aber letztlich Unmenschen, die zwar super gut darin sind, dem Imperator zu dienen, aber sonst halt letztlich keine echten menschlichen Qualitäten haben. Dann die Thunder Warriors. Die haben wahnsinnig viele menschliche Qualitäten, allerdings zu viele und vertragen auch diese Genmanipulation nicht so gut und sind letztlich nicht kontrollierend beherrschbar. Das bedeutet, sie machen sich sogar der Sünde schuldig, einen eigenen freien Willen zu haben. Man stelle sich die Katastrophe vor. Alles klar, die werden auf dem Berg Arad letztlich von den Custodes niedergemetzelt und die letzten von ihnen von den Space Marines ausradiert. Die Space Marines sind schon besser, denn die gehorchen wenigstens aufs Wort und haben auch mit der Menschheit sozusagen gar nicht so viel zu tun und bilden so eine Art gesonderte Gesellschaftsklasse. Alles klar, das finden wir gut. Jetzt entwickeln aber auch die einen freien Willen und rebellieren gegen das oppressive System, das man erschaffen hat und finden gar nicht mal so gut, was man mit ihnen vorhat und kommen plötzlich dahinter, dass sie eigentlich gar nicht gehorchen müssen. Also ist die nächst naheliegende Lösung, dieses Projekt weiterzuführen und die nächste Generation von Space Marines, die wieder gut machen sollen, was die Horus Heresy erschaffen hat, dass man noch unmenschlichere, noch loyalere Space Marines erschafft, die noch weniger Identität haben und dann darauf hofft, dass die es reißen werden und dass die verhindern werden, was die vorhergegangenen, fehlerhaften Schritte des Projektes bereits falsch gemacht haben. Das ist an sich ein Gedanke, der irgendwie, keine Ahnung, der, wenn man eigentlich auf die Entwicklung schauen würde, so fern liegt, dass er schon fast lustig ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich absolut Warhammer 40k. Es darf nicht besser werden. Es muss immer noch einen Schritt schlimmer, noch einen Schritt krasser werden. Und da liegt auch eine Hybris drin, zu sagen, nee, ich habe A gesagt, also muss ich auch B sagen. Ich habe die Space Marines erschaffen, also muss ich auch die Grey Knights schaffen. Ich habe transhumane Elite-Soldaten erschaffen, also muss ich nun die Elite der Elite, der transhumanen Elite-Soldaten erschaffen. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss es jetzt durchziehen. Statt dass man hingegangen ist und gesagt hat, okay, offensichtlich liegt hier ein Fehler vor und ich erschaffe jetzt nicht noch monströsere Monster, nachdem sich die Monster gerade schon gegen die Menschheit gewandt haben. Und gerade für Mercador ist das auch meiner Ansicht nach der letzte Schritt, der ihn endgültig sozusagen von der Person, die er eigentlich hätte sein können, entfernt. Und am Ende auch dieser Opfergang Mercadors auf dem goldenen Thron ist ja eine Verzweiflungstat. Letztlich richtet er sich selbst hin, weil er erkennt, dass der Weg, den er beschritten hat, nicht mehr erreichbar ist. Ist klar, er opfert sich auch für seinen Freund und versucht auch nochmal das Beste rauszuholen, aber es ist eben sozusagen auch ein Eingestehen des eigenen Scheiterns und der Versuch, das, was man bis hierhin erschafft hat, auch zu erhalten. Und genau so müsste man meiner Ansicht nach die Grey Knights auch lesen. Das macht viele Dinge, die ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Die Grey Knights sind, obwohl sie eine fantastische Armee sind, super schön auf dem Tabletop zu spielen und auch spannend als Element des 40k-Universums, lustigerweise den Tyraniden sehr ähnlich. Dahingehend, dass man wahnsinnig wenig Gefühl und Identität von sich selber in die Grey Knights hineinlegen kann. Sie sind letztlich keine Menschen mehr, eine Naturgewalt einem höheren Zweck, nämlich dem abstrakten Willen des Imperators und dem Kampf gegen das Chaos unterstelltes Ding, das nicht mit einer bestimmten Persönlichkeit resoniert. Es gibt natürlich Grey Knight-Bücher, die dann diesen Grey Knights aufgrund der in ihrem neuen Leben gesammelten Erfahrungen schon wieder Persönlichkeit zu schreiben. Kerstin Crowe und der, ich weiß gerade leider nicht, wer mit Vornamen heißt, der Brother Captain Stern sind da auch gute Beispiele, wo eben dann sozusagen Persönlichkeit entsteht. Aber diese Persönlichkeit entsteht, und das ist super lustig, in einer Abhängigkeit zum Worb. Sie wären nicht die Männer, die sie sind, hätte nicht ein Dämon sie im Speziellen als Gegner auserwählt, und aus der Existenz des Dämons erschaffen sie ihre eigene Identität und das, was sie sein müssen. Das muss man sich mal irgendwie auch tatsächlich auf einer abstrakten Ebene eigentlich durchdenken, wie absurd das ist. Sie sind keine eigene Person, bis sie auf ihren Feind treffen, und durch die Tatsache, dass ihr Feind individuell ist, entsteht ihre eigene Persönlichkeit erst neu. Und dadurch werden sie eigentlich durch den Worb selbst neu geboren. Und davor wäre der Grey Knight einfach nur ein Unmensch gewesen, der halt seine Pflicht erfüllt. Ich mag diese Idee, dass damit erneut, und das hat man schon bei den Space Marines, der Imperator nimmt den Space Marines Menschlichkeit weg, und der Worb gibt ihnen die Menschlichkeit zurück. Und das hat man bei den Grey Knights auch drin. Das ist ein absurdes Konzept eigentlich, dass das, was man auf Seiten der Menschheit verstehen würde, eigentlich das ist, was Menschlichkeit aus einer Situation herauszieht. Am Ende des Tages will ich hier natürlich trotzdem nicht sagen, dass die Grey Knights irgendwie blöd oder doof sind oder so, das ist es nicht. Sondern sie sind einfach so distinctly 40k, wie irgendwie eine Sache nur sein kann. Ich finde es unglaublich faszinierend und spannend, und ich mag das Thema der Grey Knights auch, ich werde auch mit Sicherheit nochmal einen anderen Blick drauf werfen, weil der heute eben sehr, sehr negativ geworden ist. Aber das liegt nicht daran, dass ich sie, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, nicht mag, sondern es ist einfach nur eine Lesart, wie man sie betrachten könnte und wie man auf sie blicken könnte. Aber es gibt natürlich noch Dutzende andere. Eine, die ich hier ganz, ganz kurz erwähnen will, ist, dass bei dem Buch, in dem beschrieben wird, wie die Custodes gegen die Invasion Terras vorgehen, als dort im Rahmen der Rückkehr Gillimans Korndämonen sogar vom Imperialen Palast erscheinen, auch Grey Knights in diesen Kampf eingreifen. Und einer der Custodes schaut schon fast neidisch auf die Grey Knights und ist tief verletzt, als er sie quasi zum ersten Mal kämpfen sieht und versteht, dass sie etwas vom Imperator bekommen haben, was er nicht hat. Dass diese Mischung aus seinem Genom und psionischer Macht eine Weiterentwicklung dessen ist, was sie sind und sich dann auch die Frage letztlich stellt, sind sie nicht eigentlich die besseren Custodes? Die Custodes sind zuerst erschaffen worden, die Grey Knights aber zuletzt und sind sie nicht die Krone dessen, was der Imperator an transhumanen Überwesen hätte erschaffen können? Und dass in einem Custodes sowas wie Neid und Verzweiflung durch die pure Anwesenheit eines Grey Knights geweckt wird, das macht natürlich auch die Frage auf, ob man auf die Grey Knights nicht derart blicken könnte, dass man sagen kann, sie sind die Krönung dessen, was der Imperator eigentlich jemals für die Menschheit vorhatte. Ist ebenfalls ein möglicher Blick, vielleicht werfe ich den auch nochmal drauf und sammle auch dafür Beweise und Argumente, könnte man auf jeden Fall denke ich schon so machen. So oder so, hoffe ich, ihr hattet Spaß mir zuzuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020